Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Im von Kerstin Kölner und Dagmar Krapfer mit großer Leidenschaft geführten Schreibwarengeschäft zum Bleistift bleiben keine Wünsche offen. Zum breiten Angebot zählen Geschenkartikel, Zeitschriften, Schreibwaren sowie Bastel- und Bürobedarf. Ein Hermes-Paketshop, ein Ticketservice und die Anzeigenannahme der Augsburger Allgemeinen runden die Auswahl der Produkte ab. Einen angenehmen Schulbeginn für Eltern und Schüler garantieren der Schullisten-Pak-Service, bei dem die Materialien innerhalb eines Tages als Gesamtpaket abgeholt werden können und die gute Kooperation mit Schulen und Kindergärten. Sehr beliebt sind auch die Schulranzen-Partys mit den neuesten Modellen und der professionelle Büchereinbindedienst. Kunden aus der ganzen Region schätzen die ausführliche und freundliche Beratung sowie das entspannte Ambiente und kommen immer wieder gerne in den Laden. Zum Bleistift in Kissing. Sympathisch, kompetent und immer für Sie da.